guten tag hier ist wir bei blazes dirty und ich zeig euch heute mal wie ihr mit uns minecraft spielen könnt so aktuell habt ihr diese file von mir runtergeladen das ist das modpack nicht entpacken nicht extrahieren etc super ok warum auch immer das gerade ausschaut ist egal gut also dieses modpack einmal runterladen der angehangenen dateien bis man so im discord findet ihr den link dazu oder ich packe nachher noch mal unten in der video beschreibung mit rein so nachdem wir das runtergeladen habt und den crossforge klient auch runtergeladen habt klickt ihr hier auf benutze profil erstellen und dann geht ihr hier oben auf importieren öffnet diese zip datei der installierte das so nachdem ihr das installiert habt könnt ihr hier auf play drücken ich spreche das jetzt mal einfach ab weil ich schon ressourcen packs und shader installiert habe das genau das gleiche drückt dann hier auf play dann öffnet sich der minecraft launcher nachdem ihr minecraft launcher geöffnet habt wird einmal abgefragt nachdem ihr play gedrückt habt ob ihr die risiko risiken bewusst seid wegen modpacks bla bla ihr macht einfach ein häkchen rein dann seid ihr nach circa eine minute weil es dauert ein bisschen länger wie die modpacks auf den minecraft selber und dann könnt ihr hier der vorinstallierte server wo aktuell noch nicht so viel los ist aber wir hoffen bald mehr dann machen wir noch größer drauf treuen und ja dann habt ihr alles bitte einmal ganz kurz drauf ganz entspannt super da sind wir wir werden den spawn noch mal ein bisschen ändern und schicker machen dass ihr als anfänger wenn ihr drauf kommt direkt gut eingeleitet werdet wie ihr hier seht ist eine automatische baumfarm und so weiter und so fort da könnt ihr euch denn frei entfalten und euch auch frei entdecken durch die ganzen addons und von daher ich wünsche euch viel spaß